Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Digga, ich habe wieder auf Welle gemacht und zwar hat doch jetzt Galeria Kaufhof mit diesen ganzen Marken so eine Kooperation gemacht. Keine Ahnung, dass es jetzt die Sachen, die es sonst in, ich glaube, Großbritannien zu kaufen gab, jetzt bei Galeria Kaufhof gibt. Too Faced, Huda Beauty, Kat Von D, bla bla bla. Ich habe 200 Euro ausgegeben und Sachen gekauft. Ich dachte, ich zeige euch in diesem Video, was ich mir gekauft habe und auf jeden! So, ich bin ehrlich zu euch, den Huda Beauty Liquid Lipstick kommt gleich noch, habe ich schon aufgetragen, weil ich so neugierig war. Aber der erste Eindruck, also man sieht so Spuren und das ist ein No-Go. Ich meine, der wird mega gehypt, aber das ist ja ein anderes Thema. Ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe. Keine Ahnung, euch interessiert das ja immer, ihr seid ein bisschen neugierig und so. Also, meine Instagram-Follower wissen natürlich schon, was ich gekauft habe. Hier, warte. Hier, Instagram, Ellen Halo Lifestyle Blog, seht ihr das? Folgt mir mal auf Bruder, auf schnell, so auf korrekt. Da mache ich ja immer meine Instagram-Stories, aber das ist ja ein anderes Thema. So, ich muss die Rechnung auf dem Handy gucken. Ich habe da jetzt irgendwie keine Rechnung drinne. Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Für 200 Euro, Digga. Acht Sachen für 200 Euro. Aber fangen wir mal an. Ich wollte halt diese ganzen UK, Großbritannien... Was ist das? Okay. Großbritannien-Marken testen und so. Und dann dachte ich, machst du mal. Als erstes für 21 Euro habe ich mir so ein Color Corrector-Ding gekauft. Wenn ich ehrlich bin, hamadom. Ich weiß nicht mal, wofür die Farbe ist, glaube ich. Warte mal. Ich glaube, gegen Augenringe. Aber wie heißt sie? Ja, auf jeden Fall. Hatice Schmidt hat das mal in einem Video erwähnt. Das, was sie immer benutzt, habe ich nicht gefunden. Aber ich habe mal im Internet viel gelesen und gehört, dass manche hier Lippenstift drauf tun und Augenringe damit krass kaschieren. Und deswegen habe ich mir so ein Color Corrector in Rot gekauft. Das ist von Becker Cosmetics in der Farbe Papaya. Ja, 21 Euro. Ich bin gespannt. Okay. Ja, und der soll halt hier gegen Augenringe und so. Dachte ich, teste ich mir das mal statt Lippenstift und so. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch bestimmt mal... Ich hoffe, ich denke daran, euch zu erzählen, was wie ist. Weil ich kaufe manchmal echt viele Sachen, weil ich so ein Opfer bin. Und dann über alles zu berichten, wie ich es fand und so. Pff, muss ich mal gucken. Dann habe ich mir gekauft Sephora Collection Rouge Lip Tint Flüssige Lippenfarbe Rubby für 13 Euro. Ja, das ist Nummer 9, Rubby. Das ist... Ja, weiß ich nicht. Ich wollte halt diese ganzen Liquid Lipstick Farben testen. Von diesen ganzen UK-Marken, was weiß ich, wie sie so sind. Ist auch so ein Rotton. Ich dachte, ich check das mal ab. Ich weiß nicht, wie er ist. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich denke daran, euch von allen Sachen zu berichten, was ich wie fand, bla. Aber ich kaufe manchmal so viel und dann komme ich gar nicht hinterher, immer zu erzählen, wie ich was fand und so. Dann, den habe ich so oft auf Instagram gesehen und habe das so gefeiert. Ich bin auch manchmal so selten, aber manchmal so ein Verpackungsopfer. Habe ich mir den Too Faced Love Light Highlighter gekauftet. Gekauftet, ja. Bevor ich meinen Deutsch kurz gemacht habe. Ich habe ihn mir gekauft. Guck mal, warte. Für 28 Euro, Digga, Highlighter. Das ist hier... Vielleicht kennt ihr den so, ne? Das ist die Farbe Blinded By, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Kein Plan von nix, aber... Ja, Blinded By The Light. So, komm mal. Und das hat halt so eine Herzform. Voll spiegeln. Seht ihr da die Kamera? So, und den habe ich so oft auf Instagram gesehen. Das ist natürlich eine echt schöne Verpackung. Ich weiß nicht, wie er ist. Keine Ahnung. Ich habe halt nur diesen Huda-Kram aufgetragen, den ich euch noch zeige. Und das ist halt so ein Highlighter in so einem schönen Champagner-farbenen Ton. Ich weiß es nicht. Und den wollte ich mal testen. Mich interessiert halt, wie diese Marken sind, weil sie halt krass gehypt werden, so, ne? Und vorher konntest du sie ja nicht einfach in Deutschland kaufen, aber Galeria Kaufhof haben die echt krass gemacht, da hat das geregelt und so. Und da ist die Verpackung einfach mega schön, so, ne? Also, ich bin so, so ein Highlighter-Fan auf jeden Fall. Apropos, schreibt mir mal eure Lieblings-Highlighter, genaue Bezeichnung, also Marke und welchen Namen, bla, bla, bla. Vielleicht auch Preis in die Kommentare. Vielleicht checke ich dann mal neue ab. Aber hier einfach die Verpackung, man, mega schön. So eine Herzform, so diese, diese, diese Ecken-mäßig halt, ne? So echt, doch, man. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der ist. Von Too Faced ist das. Ja, und mal schauen. Bin sehr, sehr gespannt. Aber einfach die Verpackung ist halt einfach schon krass, ne? Also, pfff. Ja, Mann, auf jeden. Ja, ich glaube, ne, mein teuerster Highlighter ist das nicht. Ich habe auch noch welche von MAC und so, aber es ist schon teuer, ne? Auf jeden Fall. Habe ich mir von Too Faced für 20 Euro den Melted Mud gekauft. It's happening. Ja, so sieht die Packung aus. Ist eigentlich ganz cool, aber ich werfe die Packung eh weg, also weiß ich nicht. Ja, so, so ein krasses Pink. Warte mal, schauen wir mal, wie der Applikator ist. So, nice pink, Digga. Ich stehe so auf richtig krassen Pink-Kram, ne? So, 20 Euro. Ich bin sehr gespannt. Also, weil ich habe manchmal auf Facebook in Gruppen gefragt, so, ey, zeigt mir, was sind eure Lieblings-Liquid-Lipstick-Marken? Bla, bla, bla. Die müssen haltbar sein. Die Stars, bla, bla, bla. Krass sein. Und da wurden halt diese Marken alle genannt. Ich bin sehr gespannt, wie sie sind. So, naja, wenn ich einen Liquid-Lipstick finde, ich habe schon einen hier, einen Maybelline Superstay, aber wenn ich noch mehr finde, weil ich will ja auch eine krasse Farbauswahl, die wirklich gut sind, die kussecht sind, die reibfest sind, die fettiges Essen aushalten, dann würde ich auch 20 Euro dafür ausgeben, normal. Aber da muss man erst mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Too Faced mal zu testen, weil das sind halt meine ersten Produkte davon. Nices Pink, Digga, was los? Ich habe leider schon was drauf, ne? Aber ich stehe drauf. Viele finden, es steht mir nicht rote Haare, pinker Lippenstift, aber Digga, mir egal. Hauptsache, ich feiere das so, ne? Doch, Mann, auf jeden. Doch, so eine entspannte, chillige, ungewöhnlichere Verpackung. Schauen wir mal. Dann habe ich mir für, ihr seht immer meinen Kopf, Schum und Tach, hier ist meine Stirn, für 20 Euro von Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick gekauft. Wie kann man so dumm sein und zweimal was nicht aufkriegen? So, also Kat Von D haben auch viele gesagt, soll krass sein. Da habe ich auch einen Rotton genommen. Nas Fur Atu, ja okay, gibt den doch einfach normalen Namen. Auch so ein dunkles Rot, keine Ahnung, Rotton halt, ne? Ich habe viele Rottöne. Also, ich weiß es nicht so, ne? Also, die Verpackung finde ich nicht so krass. Also, nö, da finde ich den schon besser. Und, ja, auch so ein Rotton. Muss man mal schauen. Also, Hauptsache, der Liquid Lipstick ist krass, ne? Weil du hast halt natürlich bei denen so nix. Lingerie ist nicht so, also ist schon gut auf jeden Fall, aber hat halt meistens Nude-Töne. Maybelline Superstay ist krass, aber mir fehlen da. Ich will halt ein krasses Farbspektrum bei meinen Liquid Lipsticks haben. Ja, da muss ich mal schauen. Ich habe jetzt natürlich da eher so normalere Farben genommen, um überhaupt zu gucken, wie die Haltbarkeit ist und so, ne? Dann habe ich mir von Huda Beauty, die wird hier überall gehypt, für 22 Euro den Liquid Lipstick gekauft. Die Verpackung ist natürlich cool. Wer auf Instagram aktiv ist, kennt das. Das ist ja mega gehypt hier. Das ist auch mega cool gemacht, ne? Das ist echt eine gute Idee gewesen. So packst du so aus. Und das ist cool, dass du die Lippenstiftfarbe auf dem Ding siehst. Ich habe ihn schon aufgetragen, aber er ist unregelmäßig und vor allem, nee, Mann, das darf nicht sein, meiner Meinung nach. Solche Spuren halt, ne? So, das ist die Farbe Material Girl, 22 Euro. Ja, sowas feiere ich halt. So sieht er aus. Er ist sehr, sehr flüssig beim Auftragen. Das ist auch der einzige, den ich jetzt ausgepackt habe und einmal raufgedingst habe, halt, ne? Ich weiß es nicht, also muss ich mal testen. Aber ich wollte halt diesen ganzen Trend auch mal abchecken, ob es wirklich so krass ist, ne? Weil junge Mädels gucken vielleicht, oh krass, sparen die ganzes Geld, kaufen sich das und das ist scheiße, ne? Und viele schwärmen ja von Huda, Huda, keine Ahnung, wie die Alte heißt, Huda Beauty. Ja, und da wollte ich mal gucken, wie ihre Liquid Lipsticks sind und so, aber ich habe noch was von ihr. Ah, bisher? Ne. Also, erster Eindruck ist auf jeden Fall scheiß, auf jeden Fall. Klar, ist das eine coole Farbe und so, das ähnelt vielleicht MAC, Rebelle, bisschen. Rebelle, keine Ahnung, man. Ich kann den ganzen Kram immer nicht aussprechen, auch wenn ich so schminke, feier. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. So, und jetzt als letztes, hammer komisch, Digga. Ich habe acht Sachen gekauft, ich rufe da gleich an, aber es sind nur sieben Sachen im Karton. Es fehlt 11 Euro samtiger Lippenstift, der nicht abfärbt von Sephora. Sind die dumm oder was? Also, ganz komisch. Aber ich rufe da gleich mal an. Dann als letztes, pfff, ich bin, ich bin ein richtiger Penner, Mann. Ich benutze kaum, kaum, wie heißt das? Wie heißt der Scheiß? Lidschatten benutze ich kaum, aber ich habe mir für 65 Euro die Huda Beauty Lidschattenpalette gekauft. Die, die so krass gehypt wird, so, ne, auf Instagram siehst du das immer, wie die Profi-Tussis heftigen Kram machen und so. Ich bin sehr gespannt, also. So sieht die Packung aus. So, und dann das ist halt dieser Kram, ne? Du hast da wie viele Töne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 3, 18 Töne. Ja, auf jeden Fall, nicht, dass ich es nicht verrechne. So, packst du aus, hast du so einen Schutz drauf. Und das sind halt die Töne. Guck mal, so, ne? Ihr kennt die, wenn ihr auf... Ja, toll, jetzt bin ich... Oh, Mann! Oh, seht ihr das? Jetzt bin ich voll reingeditscht, ey, so eine Sche... Toll, ja, die kam jetzt nicht so kacke an. Ich bin hier gerade reingekommen. Also, rangeditscht. Guck mal, und wenn ihr die, wenn ihr Instagram checkt und so, dann kennt ihr diese Palette, ne? Weil die ganzen Instagram-Tussis hängen da ja immer. So halt, ne? Und ich dachte, check das mal ab, vielleicht kannst du echt was Cooles mit den Farben machen. Das ist auch meine teuerste Lidschatten-Palette. Ja, auf jeden, das ist meine teuerste. Ich bin gespannt, wie sie ist, ne? Also, vielleicht werde ich ja mal ein krasser Lidschatten-Typ. Kennt ihr diese Vibe? Ich bin eine davon, die Sachen kaufen oder nicht wieder nicht wegwerfen, verkaufen, weil sie denken, ja, irgendwann... Ich benutze zwar ganz selten Lidschatten, aber irgendwann benutze ich den bestimmt. Und ich habe hier ganz viele MAC-Lippenstifte. Ich benutze zwar seit anderthalb Jahren fast nur Liquid-Lipsticks, aber irgendwann benutze ich wieder einen Lippenstift, weil die MAC-Lippenfarbe ist so schön. Ich bin genau so eine. Ja, 65 Euro ist krass. Warte mal, was ist das denn pro Ton? Die Matte, ich bin nicht so krass. 65 geteilt durch 18 gleich. 3,60 Euro pro Ton. Ja, sowas geht natürlich, ne? Ich meine, 3,60 Euro pro Ton. Überleg mal, was du bei MAC bezahlst, ne? Ich kann es ja noch nicht vergleichen, wie es ist. Aber das zahlst du auch für einen Lidschatten aus der Drogerie. Deswegen, weiß ich nicht, ich werde es auf jeden Fall mal abchecken. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch ein krass gehyptes Instagram-Produkt. Vielleicht mache ich mal einen krassen Look. Was für einen krassen Look, Digga? Ich kann nicht mal heftig smokey eyes. Was für einen krasser Look. Ja, Mann, aber 65 Euro ist so ein Ding, wo ich denke, ist trotzdem viel, ist trotzdem viel, ne? Es gibt ja auch hier Make-Up-Revolution-Paletten für 20 Euro, die genauso viele Farben haben oder fast so viele und so, ne? Also ich weiß es nicht. Aber schöne Farben sind es auf jeden Fall, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also es sind sehr, sehr schöne Farben. Doch ich glaube, wenn man da krass am Lidschatten-Profi ist, kann man da richtig krassen Kram mit draus machen. Sieht man ja auch immer, ne? Aber ich dachte, ich check das mal aus. Jetzt gebt mal einen Applaus, denn ich bin eure kleine süße Maus und ich rappe gerade in meinem Haus. Und jetzt ist das Video zu Ende. Ich bin raus. Chill. Nein, Spaß. Aber komm, war cool, war cool, war cool. Wenn ihr das cool fandet, diesen kleinen Freestyle, dann schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Rapperlam. Auf jeden. Ja, Mann, auf jeden. Ich werde das jetzt erst mal wegpacken und so. Ich bin gespannt. Ich rufe erst mal Galeria Kaufhof an. Die können doch nicht einfach... Ey. Ja, auf jeden. Ja, ich freue mich, dass ihr immer Lust habt auf meine Hauls und was ich mir so kaufe und so ein Kram. Deswegen erzähle ich euch das ja auch. Ja, auf jeden. Das war's so. Ich werde bestimmt mal berichten, wie ich es fand und so. Ja. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.